Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Manhunt 2 und ich würde sagen, wir machen uns erstmal wieder weiter mit der Story. Okay, nächstes Level. Sieht aus an der Rückblende. Okay, dann eine Dose. Okay, wir sind hier bei einer Tankstelle. Dann eine Glasscherbe. Okay, da ist schon mal ein Gegner. Okay, dann würde ich sagen, wir locken den einfach mal hier nach hinten. Hey, das hört er gar nicht. Geh mal hier hin. Ja, Jake, das kann ich hier los. Ich bin schon auf rot. Okay, aber vielleicht hätten wir den gar nicht töten müssen. Das war wahrscheinlich einfach nur irgendein Typ. Der hätte uns wahrscheinlich gar nicht angegriffen. Scheiße, jetzt mal. So, müsste ich das irgendwie auffüllen? Oder... Keine Ahnung, jetzt können wir Gegner töten. Okay, geil. Also da ist schon was drin. Okay, okay. Ah, dann kann man das als Environmental Execution verwenden. Also dann kann man da eine Exekution machen. Das ist ja geil. Warte, ist da eh nichts mehr in der Ecke oder so? Okay, ist noch eine Dose, aber wärme ich schon eine. Ah, da ist schon einer. Okay, wir sagen, wir locken den mal. Einfach hier hin, oder? Ach so, wenn ich laufe, bis er weg, stimmt. Scheiße. Jetzt kommt der hier her. Kommt der schon wieder nicht. Okay, irgendwie bleibt der immer so stehen. Boah, fuck, das hat mich gesehen. Alter, scheiße, scheiße, scheiße. Boah, ich kann noch nicht weg. Boah, ist das der Benzin-Kangst oder am Ding? Ich bin hier im Fels oder so. Scheiße. Okay, ich hab's nicht verkauft, scheiße. Fuck, man, das gibt's ja nicht. Und das ist ein zweiter jetzt. Wie wird das sein, Einstein? Nein, ha? Ich fülle deinen Weg. Ach komm, schon mal einer soll sich verpissen und der andere soll sich da... Warum sieht er mich, Mann? Und da muss er sich da schön hinstellen, damit ich ihn killen kann. Boah, das gibt's doch nicht, Mann. Jetzt haben die mich wieder bei dir gesehen. Ich hab keine Waffe. Alter, der Dose kann ich eigentlich eh wegloben. Ich habe keine Waffe, wenn ich mich nicht verpüren. Ich habe nicht verpüren, wenn ich mich nicht verpüren. Ich verstehe, Mann. Du hast noch eine Wahl, Mann. Was wird es sein? Und die gehen auch nicht weg, Mann. Wenn ich ihnen noch eine Waffe hätte, wäre so ein bisschen einfacher. Jetzt sollten sie wieder zurückgehen. Ich wusste nicht, dass die Arbeit so sein würde. Der Kaffee riecht wie verbringte Katz. Ich bin jetzt auf keinen Grunde drin. Hey! I don't need your crab tonight, alright? You know what would make my day? So we're over time. We're over time. We're over time. But he has a weapon, but he has a weapon. He has a weapon, but he has a weapon or something. He's all mine! I've got to catch my breath. Yeah, come on, that'll burn me too quickly. I guess you weren't your paycheck today, fat. I've got that. I got a database and... Probably was I'm doing well. Okay, I can't even go through here. I'll get him back. We're gonna take a strip of that. I'm gonna go through here. was anders ist was für ein geräusch jetzt es got a call from head office or deliveries man nonstop all week yeah they're just checking we know how to use the intruder lock why they expecting someone was the usual BS well there's gonna be a fire to on Friday fire drill huh maybe we need to give them the real thing okay so we can actually have ananzug here I'd better find a place to hide what the fuck is that we got an intruder fuck so it's knap alter der hat mich ja fast gesehen warte mal da kann ich keine extruktion jetzt machen oder hast du hier den töten müssen oder was okay warte mal wir müssen okay also ich muss den auslösen und den direkt töten oder was das ist mal ein bisschen günstig ich werde find a place to hide Was ist das? Ich weiß aber, weil er mich nicht gesehen hat. Achso, der ist der. Bist du dir wieder zurückgerannt? Bist du dann holen wir uns jetzt? Warte mal, da hinten seh ich irgendwas. Irgendeine Flasche oder so. Da waren da nicht zwei drin. Alter, so ein Teil. Nehme ich mit. Okay, da ist ein Alarm. Ich glaube, den kann ich auch drücken, aber mache ich mal lieber nicht. Warte, gleich was machen. Okay. So, dann können wir mal weiter gehen. In den Checkpoint. Dann, wie sagen wir, speichern mal direkt. Oder vielleicht soll ich wieder den Kanister mitnehmen? Oh, fuck. Das sind die 2. Oder 3 sogar, glaube ich. Ist da irgendwo Schatten oder sowas? Was ist das? Was ist das für eine Waffe da jetzt? Warte, da eine sucht mich, glaube ich. Warte, da eine sucht mich, glaube ich. Kommst du auch nicht mehr zurück, oder? Scheiße. Okay, sie wird jetzt verschießen. Ach, Mann. Ach, Mann. Warte mal, warte mal, da gibt es eine Environmental Execution. Du hast jetzt sogar 4 da, oder? Und ich kann noch eine. Das gibt es ja nicht. Das gibt es ja nicht. Also Alan sollte sich vielleicht am Leben lassen und versuchen dann irgendwie der Environmental Execution wegzuholen. Also ich würde es auf jeden Fall so machen. Ich glaube, die Ecke ist ganz gut. Ja, ich mache mich immer noch mal. Das ist schon mal. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Ich fühle mich selbst. Das ist ja nicht so. Drei mal, das ist das. Ich kann auch nicht einen irgendwie herlocken, weil dann kommen direkt wieder alle. Das gibt's doch nicht, Alter. Das gibt's doch nicht. Schon wieder alle da. Okay, wieder los. Jetzt ich mich... Alter, das gibt's doch nicht, man. Diese scheiß Bumfacken, die ich gerade so hab. Boah, einmal drei zusammen, Alter. Das gibt's ja nicht. Ja, Alter, das... Jetzt bin ich hier nicht tot. Alter, aber wir haben hier einen Shake-Bum, die sind wie gut. Jetzt habe ich immer noch den Schlafstock. Jetzt sind die andere Waffe noch nicht mitgenommen. Aber egal, den haben wir schon mal. Waren die andere Waffe überhaupt? Jetzt sind die andere Waffe noch nicht. Oh, fuck. Das ist knapp. Das ist die beste Partei meiner Arbeit. Ich habe ihn gerade hier. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Stopp. Alter, dieser scheiß Wichser, man. Oh, Alter. Ja, ich bin auch zu behindert gerade. Hey, hey! Warum drücke ich auch direkt? Oh, was kommt da an? Oh, das kommt da an? Oh, noch perfekt. Ich sehe ihn, ich sehe ihn! Ich sehe ihn, ich sehe ihn! Ich habe ihn verloren. Diese Stelle ist ganz so nervig. There is no way out of this. You hear me? There is no way out of this. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017